DRAKES Schicksal Und er hat mir sogar die gesamte Uncharted Reihe zukommen lassen, obwohl ich keine Ahnung von überhaupt was davon hatte. Deswegen möchte ich dieses Let's Play als kleines Dankeschön nutzen, weil er hat sich das von mir gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Also er hat sich gewünscht, dass ich mal Uncharted spiele und das werden wir jetzt auch hier tun. So, gehen wir es an. Ich habe wie gesagt null Vorahnung, was mich hier erwartet. Witzigerweise ein guter Schulkamerad von mir, der Tobes, wisst ihr noch. Von damals. Der ist auch ein riesen Uncharted Fan gewesen. Und der wollte auch schon damals immer, dass ich es spiele, aber ich hatte es nie. Ja, war immer witzig. Ich mag die Münze, sie dreht sich so schön. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt... Ich habe alle drei Teile. Ich werde den hier auf jeden Fall spielen und daran manchmal abhängig, ob ich weitermache oder nicht. Je nachdem, wie sehr mir der Teil hier gefällt. Jedes große Unterfangen hat einen Anfang. Doch Barahun gebührt jedem, der den Mut haben, eine Sache ganz zu Ende zu führen. Irgend so ein Typ, der vor langer Zeit abgenippelt ist. Ah! Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine skrupeldige Beine Ihres Vorfahren zu schänden? Nope. Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt? Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle! Da war wohl jemand schneller. Na nü na na. Was haben wir denn da? So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, 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 nein. Was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht? Warten Sie mal. Wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Hey, hey, hey. Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Er erinnert mich ein bisschen an den Action-Man. Wir haben kein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Ähm, Piraten. Piraten? Ja. Piraten. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Oh. Oh. Äh, sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Äh, klar. Wie mit einer Kamera. Man hält... Einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Du hast noch nie jemanden erschossen. You will cry. Okay. Um zu zielen, zu schießen. Yes, seems legit. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Na, das ist eine lange Geschichte. Piss off. Oh, yes. Aha. Äh, ach so. Ah, er geht dann automatisch in Deckung. Ach so, Munition auf mir. Euer Schiff. Warum habt ihr Sprengsätze auf eurem Schiff? Kann ich irgendwie manuell nachladen? Ich kann selbstständig in Deckung gehen. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist gar nicht mal unpraktisch. Okay. So, aber... Alter. Er kann ganz schön gut kloppen. So, kann ich... Vor allem, er haut mit der Knarre ja zu. Das muss wehtun. Okay. Okay, das Cover-System. Da muss ich mir noch ein bisschen mit... Er geht wenigstens... Moment. Ich kann nicht lesen und tun gleichzeitig. Und die droppen mehr... Die spacken mehr rum, wenn ich sie dann töte, oder was? Ich verstehe jetzt mit dieser Kombo noch nicht ganz. Ich gehe gleich im Tutorial drauf. Ich bin im Tutorial gestorben. Weil ich diese Brachialkombos nicht verstehe. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Ich verstehe noch nicht ganz. Also, das ist im Grunde eine simple Kombi, aber... Oh yeah, Dropkick. Okay, die Blocker dauert ab. Die Blocken immer ab, die Säcke. Hat er gerade gesagt, fick dich? Wow, ich bin ein Superschütze. Ja, ich sollte diese Brachialkombos besser lassen. Die werden ja immer abgeblockt. Was soll dat denn? Spielwahn, mal klärst du mir etwas, was nicht funktioniert. Why? Why? Die Dinger verstehe ich noch nicht ganz, muss ich sagen. Drücken sie nach dem ersten Treffer Dreieck. Da, die blocken das immer ab. Fuck this. Die blocken das immer ab. Kann man das irgendwie ändern? Dass die es nicht mehr blocken? Och, fuck you. Ich sterbe gerade nonstop im Tutorial. Ich möchte das nochmal zu Protokoll hinzufügen. Ich sterbe gerade nonstop im Tutorial. Scheiß Fenster. Ich sterbe gerade nonstop im Tutorial. Weil ich versuche, diese merkwürdigen Brachialkombos zu machen. Die nicht funktionieren an jedem Gegner, so wie es aussieht. Die lassen dann doppelt Munition fallen. This is not worth it for me. I'm just going to punch the shit out of you. Ich mach das jetzt meinen Weg. For fuck's sake. Ich schnauze voll von eurem Scheiß. Da hat's mal funktioniert. Achso, das ist sie. Ach ja, ein Klopper. Headshot. Aua. Ach, da. Haben sie das nicht immer? Was ist mit... Oh. Oh, meine Kaution für dich dann wohl nicht zurück. Now. Die Kamera nicht kommt. Ach, Gott sei Dank. Oh nein. Oh nein. Das klang mir enttäuscht. Jetzt Wasser. Ja. Moment. Was soll das denn? Okay. Los. Los. Ja, ja. Direktet by Michael Bray. Ich kann aber wohl keine fünf Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Ja, wenn das mal nicht die hübsche Begabze, die nachbescheid ist. Oh, dafür kommen sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Wiegt aus allemal. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Wie wär's mit Abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt. Dreckt nach dem Plan. Kann ich weiter meine Super-Kombos ausprobieren. Nimm das Ding aus dem Mund, dann versteh ich dich auch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Die Face-Animationen sind gar nicht mal schlecht gelungen, finde ich. Die sind ziemlich gut. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schwalzen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sally. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut. Nee, tu mal einen Moment so, als wär mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst, dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Eldorado? Das ist echt Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht er sonst noch was? Die Stadt des Goldes? Ja. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. War ja klar. Ja. Ich sag's dir, Sally. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber... Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sag ich doch. Explodiert. Versenkt. Kaputt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Ich kann dir versichern, dass du gefeuert bist. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Macht dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sally, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll. Dann geh doch und sag ihr, dass wir die Goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach komm schon, Nate. Vertraust du mir? Mehr oder weniger. Dir und deiner Fluppe? Gut. Denn bald ist jeder Klein-Kriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sally. Mato fato Gentleman. Das ist mies. Sie wird sie verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich mein... Ist dir klar, dass das die... ...größte Story des Jahres wird? Du denkst zu klein. Hi. Nein, ich trau ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das... Tschö, tschö, motherfuckers. Das darf doch nicht wahr sein. Hey. Du kriegst das schon hin. Ich wissen müssen. Geh Bananenboot fahren oder sowas. Die Suche nach Eldorado. Stell dir nicht so an. Oh, yeah. Du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Nope. Ich lausche gebannt. Das ist echt cool hier. Es sieht vor allem hammergeil aus. Ich mein, das Spiel... Der erste Teil ist ja jetzt schon, glaube ich, sogar relativ alt. Und ich sag mal... Es sieht dafür verdammt geil aus. So auch vom Grafischen her. Okay, Knarre habe ich noch. Wir sind wirklich, dass Francis Drake auch hier war. Du bist ganz schön weit weg. Ach, der Kähl war überall. Wir sind ein bisschen wie Assassin's Creed. Nur ohne diese ganze Sci-Fi-Scheiße. Die Karte meint drei Meter nach Wursten. wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sally. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Also umsehen ist eine geile Idee. Ich sehe mich hier gerne um. Das sieht verdammt geil aus. Da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Wow. Ey, gucke hier. Vögel. So was ist der Menschheit nie aufgefallen? Alter, ist das cool. Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Boah, weiß er das. Ich schätze mal, Herzkill. Meine PS3 klingt wie ein Drucker. Ohne Scheiß. It can't compare awesomeness. Hier noch mehr? Ne. Aber heiliger Scheiße sieht das geil aus hier. Hm. Irgendwo hochklettern kann ich nicht. Nö. Hä? Irgendwo draufschießen? Nee. Stein funktioniert nicht. Wo ist er denn? Ach da. So, wohin? Was war das denn? Ah, da kann ich nachladen. Habe ich schon gewundert, auf welcher Taste ich nachladen kann manuell. Ach, da kann ich hoch. Gucke da. Ich gucke da. Da kann ich ja hoch. Und dann kann ich hier rüber. Das Ganze, das Ganze funktioniert einfach schön über die X-Taste. Das ist nice. Pass auf da oben. Nö. Das ist doch alles cool. Ist ja an einer Kante. Ich weiß ja noch nicht. Ah. Das hat sich irgendwo eingebürgert, dass sobald der Charakter dann halt so eine Bewegung macht, dass man halt über eine Kante springen kann. Gar nicht mal schlecht. Wuppa. Alter. Ja. Kleiner? Ich gebe dir gleich Kleiner. Und das nächste Mal erfahren wir mehr von Kleiner und seinem besten Freund Zigarettenmännchen. Bis zum nächsten Mal. Sehr, Leute. Wah. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020